Für uns als Koordinatoren wird durch die App der Prozess, das Dienstplan schreiben und auch der Dienste ausschreiben effizienter und schneller. Für die Mitarbeiter wird es viel transparenter dadurch, dass sie keine individuellen Angebote mehr erhalten von einzelnen Stationen, sondern alle das gleiche Angebot erhalten. Zusätzlich können sie ihren Dienstplan komplett selbst schreiben und wir verteilen sie nur nach Bedarf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017